Ja, pünktlich wie die Deutsche Bahn, da bin ich auch mal live. Herzlich willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Festival Playlist Livestream der Winter bzw. die Trockensaison der Serie 24 steht an. Also wir haben quasi die Hälfte überschritten, schon wieder, die Zeit rast mal wieder. Und ja, wir können unter anderem den Fiat Abad 1.3.1 gewinnen, wo ich mich sehr drauf freue, sowie auch den Alfa Romeo 8C. Und ja, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, nicht jeder folgt mir natürlich auf Twitter bzw. auf X. Ja, ich hatte noch spontan Handwerk am Haus und deswegen hat sich das ein bisschen verzögert. Aber naja, man wartet natürlich gerne auf solche Qualitätsstreams wie diese hier. Oder so ähnlich. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall bei PeteBoy heute für den Primes ab dem 10. Monat. Danke dir auf jeden Fall. Und ja, besser spät als nie, so ist es. So sehe ich das nämlich auch. Ja, verlieren wir auch gar keine Zeit, würde ich sagen. Wenn wir schon ein bisschen später dran sind, dann ziehen wir auch ordentlich durch, dass wir auch ein bisschen, ja, nicht nur mein Gequassel hören, sondern auch ein bisschen Unterhaltungs-Action im Sinne von Renn-Action des Spiels. Und wir blicken ganz kurz, vollständigkeithalber, auf den Forzaton-Shop. Da gibt es einmal den Sesto Elemento, das sechste Element im Periodensystem quasi zu gewinnen. So wie den 430 Scuderia. Ist aber nicht zu gewinnen, zu kaufen, besser gesagt. Aber brauchen wir alles nicht. Meine Punkte häufen sich auch an, weil ich da nie was kaufe. Können ja mal einfach so einen Superspin ziehen. Nicht, dass ich die bräuchte, aber einfach, dass ich es mal gemacht habe. Dreht aber auch nicht sofort, ne? Egal, nehmen wir es trotzdem mal mit. Vielleicht bringt es Glück in der nächsten Wheelspin-Ausgabe. Sei es drum. Wir springen direkt voran zum Forzaton. Der heißt diesmal von wegen Fiatzko. Was für ein geiler Wortwitz. Kapitel 1, Pini Farina. Lange bevor Fiat italienische Designs mit dem Mazda Miata der vierten Generation kombiniert hat, gab es den 1980er Fiat 124 Sport Spider. Besitz und fahre dieses sportliche Cabrio des bekannten Karosserie-Bauunternehmens Pini Farina. Kapitel 2, Lambredi. Der 1980er Fiat 124 Sport Spider hatte einen von Aurelio Lambredi, dem ehemaligen Chefingenieur von Ferrari entworfenen Vierzylinder-Motor. Mal sehen, ob er genügend Power hat, um insgesamt drei Sterne bei Blitzern zu erhalten. Kapitel 3, Homologation. Vom italienischen Tuner Abarth für Gruppe 4 Rallye homologiert, feierte der 1980er Fiat 124 Sport Spider bei der World Rallye Championship zwischen 1971 und 1975 große Erfolge. Denken wir diese Erfolge mit einem Sieg bei einem Straßenrennen. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ja, Rallye wurde damals sehr viel auf Asphalt gefahren. Auch heute noch. Kapitel 4, Faltverdeck. Der 1980er Fiat 124 Sport Spider hatte ein wunderbar einfaches Faltverdeck, das vom Fahrer an eine Ampel mit einer Hand bedient werden konnte. Spüre den Wind in deinen Haaren. Na, nicht, wenn ich eine Kappe aufhabe, aber ja. Wenn du an Blitzern insgesamt 153 kmh erreißt. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir erstammen uns das Ding jetzt natürlich erstmal. Ich habe nämlich noch gar keinen davon im Fuhrpark, aber das ändern wir jetzt einfach ganz schnell. Kostet auch nicht die Welt. Ich würde sagen, wir tunen den auch ein bisschen. Wir müssen jetzt kein so mega krasses Tuning machen. Ich würde fast schon sagen, so ein, keine Ahnung, B700 Tuning oder so, wird wahrscheinlich völlig schon ausreichend bei dem guten Teil. Blau hätte auch was. Oder so ein Dunkelgrün. So ein Olivgrün. Wir haben mal was anderes halt. Wir haben mal was anderes, komm. Machen wir einfach. VWT, vielen Dank für den Resub im 14. Monat mit Prime. Vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Sind auf Twitter gepostet bewegte Bilder mit Tonausgabe jetzt eigentlich x Videos? Soll das jetzt eine Anspielung auf Pornos sein oder so? Ich versuche gerade den Zusammenhang zu verstehen. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht verstanden, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich lachen. Tue ich aber nicht. Dementsprechend musst du es mir erklären. Und wenn du es mir erklären musst, dann ist es wahrscheinlich eh nicht so witzig. Äh, ich denke nicht, dass ich noch Zeit habe, äh, Doctor Strange, für The Crew 2. Also ich denke, das ist, äh, eher ad acta gelegt, die Idee. Das hätte auch nur gepasst, wenn ich halt Zeit dafür gehabt hätte. Aber ich glaube nicht, dass ich, ähm, bis, bis nächste Woche, beziehungsweise bis in Dings dafür noch Zeit finde. Also vielleicht schon, aber ich denke eher nicht. Ja, es gibt eine Seite, die x Videos heißt. Okay. Wieder was gelernt, aber werde ich jetzt, werde ich jetzt nicht prüfen. Da glaube ich dir jetzt einfach mal. Da vertraue ich auf deine Erfahrung. So. Äh, Steve Dogge, grüß dich. Guten Abend, wünsche ich dir auch. Moin sind, genauso auch in allen anderen, die am Start sind. Moin, moin. Ja, wir tunen gleich direkt mal ein bisschen drauf los. Ähm, ich denke, so viel werden wir nicht machen. Jetzt kein Motorswap oder sonst was. Ähm, ich denke, der kriegt das schon hin, auch mit dem Stockmotor. Tü, 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 tü. Dann würde ich sagen, was können wir hier denn noch machen? Wahrscheinlich Dings einfach entfernen. Er hätte auch was, wenn man so ein bisschen Rennsport-Style machen möchte. Aber ich lasse jetzt mal die Serienoptik. So. Ich sage, das Erste, was wir vielleicht mal ein bisschen machen, ist den... Sportbremsen, auf jeden Fall tiefer legen. Ah, nee. Muss ja nicht sein. Gewicht wäre da schon wenig genug haben. So ist es. Dann machen wir hier vielleicht noch Sportreifen drauf. Weil es wahrscheinlich schon over the top ist. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Witzig. Aber das passt schon. Felgen. Gar nicht, was man auf so einem Fahrzeug felgen macht. Zehn felgen sind es aber auch. Irgendwie sind die eigentlich fast schon ganz okay, die jetzt hier vorgeschlagen werden. Aber ein bisschen größer darf es schon sein. Machen wir mal 16 Zoll. Sordele. Und dann machen wir... Wobei es fast schon zu groß ist bei dem Ding. Oder? Ach, lassen wir einfach mal so. Wobei bei so einem alten Auto, weiß nicht. Ich bin kein so Fan bei so alten Autos mit so riesen Felgen. Ich glaube, das muss reichen. Ähm, dann... Kupplung, Getriebe. Machen wir einfach auch mal mit rein. Brautgetriebe muss reichen. Ah, Renndiff. Und dann der Rest stecken wir auf jeden Fall in die Leistung rein. Wie klangtechnisch ändert sich tatsächlich gar nichts. Ähm. Perfekt. So lassen wir das jetzt mal. Das passt schon. Wie war Gamescom? Hm, tatsächlich für mich persönlich war sie schon so ein bisschen enttäuschend. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Gamescoms ich jetzt schon war. Aber schon bestimmt bei 10 oder mehr. Und für mich war es tatsächlich die schlechteste, auf der ich je war. Muss ich tatsächlich sagen. Obwohl ich ohne Erwartung hingegangen bin. Was das jetzt nicht besser macht. Normalerweise ist es ja so, wenn man ohne Erwartung hingeht. Dann ist meistens die Enttäuschung... Oder es gibt eigentlich keine Enttäuschung. Da ist er eher überraschend gut. Aber in dem Fall war es tatsächlich ohne Erwartung trotzdem schlecht. Und das, äh... Ja. War natürlich nicht so geil. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier Dings noch anpassen. Es hat für die Playlist... Das machen wir mal noch dazu. Und Hinweise machen wir auch noch mit dazu. Dann sollte das ja schon mal gepasst haben. Was müssen wir jetzt machen? Drei Sterne bei Blitzern. Okay, vorne müsst ihr ja... Vorne rechts kommt ja schon gleich ein Blitzer. Ich mach trotzdem mal ganz kurz hier... Das hier rein. Passt das schon. Äh, Meinung hab ich geschrieben. Da wurde auf... Auf X... Mein... Mein erster Eindruck. Naja, aber ich kann's auch hier nochmal ganz kurz sagen. Also den 99... Äh, den neuen... Alfa Romeo 33 Stradale. Ich fand ihn auf den ersten Blick überhaupt nicht schön. Auf den zweiten Blick würde ich jetzt sagen, ja, mit der Front und der Seite kann ich leben. Aber... Ähm... Ich find ihn... Also grad der Heck-Part und das Heck insgesamt find ich übelst hässlich. Und auch insgesamt von den Proportionen finde ich es kein schönes Fahrzeug. Ich weiß... Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt welche, die sagen, boah, mega hübsch, mega geil. Und manche, die wieder bei meiner Meinung sind. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich find ihn überhaupt nicht geil gelungen. Ich mag ja so Hommage-Modelle, ja. Lamborghini Countach zum Beispiel find ich ultra gelungen. Aber der, muss ich sagen, gefällt mir überhaupt nicht wirklich gut. Also, wie gesagt, vorne ist gut. So, in der Einzelbetrachtungsseite geht auch noch. Gesamtproportionen find ich schrecklich. Und das Heck geht gar nicht, meiner Meinung nach. Aber da haben wir es ja schon öfters drüber gehabt. Mir reicht's halt nicht, wenn ein Auto ein paar geile Elemente hat. Für mich muss ein Auto insgesamt dann funktionieren. Und der funktioniert für mich insgesamt halt einfach gar nicht. So, das haben wir abgeschlossen. Dann haben wir jetzt noch ein Straßenrennen müssen. Habt ihr das schon gemacht? Ist es Straßenszene oder ist es Apex? Oder was ist es, was wir machen müssen? Dr. Strange, davon geh ich auch aus. Ja, das wird ihr noch bekommen, ja. Blau, Apex. Ja, blau sind bei, ja gut, das andere ist mehr lila, ne? Okay, also Apex. Dann machen wir doch hier so in der Stadt so einen kleinen Sprint oder so. Dann gehen wir vor. So, ja. Holl, mal. Dann gehen wir doch hier so in der Stadt. Okay, schon einen Ball Hol. Da gibt es nur Fotos zu machen. Eine ganze Menge in der Klasse, scheinbar waren wir in der Klasse noch nicht so oft unterwegs. Ach so, viele neue Autos erwarte ich ehrlich gesagt gar nicht in der kommenden Serie, weil ich glaube der Hauptfokus wird auf dem Eventlab stehen, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Können wir ja vorstellen, dass da wieder mehr alte Fahrzeuge reinkommen, also Fahrzeuge, die noch nicht mit rüber gekommen sind, wie zum Beispiel der MC12 oder so. Aber lassen wir uns mal überraschen. Rising Gaming, gedanke dir für den Primestab im 10. Monat. Moin Moin Ray, schön, dass du da bist. Ja, ich finde es auch schön, dass ich da bin. Ich finde aber auch schön, dass ihr da seid. Und auch du. Und auch du. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich hier Starfield vorbestellen soll. Das kommt ja für die Luxe Edition, glaube ich, heute Nacht raus. Spielen würde ich jetzt nicht wirklich. Ich weiß, das klingt total dumm. Aber ich denke halt immer so, wenn halt irgendwie so ein geiles Studio irgendwas macht, dann will ich das irgendwie auch supporten. Manch einer würde sagen, das ist rausgeschmissenes Geld, aber I don't know. Ich ticke da, glaube ich, ein bisschen anders. Also spielen würde ich es definitiv nicht, also maximal vielleicht ein paar Stunden, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Aber andererseits denke ich dann immer, ja, ich würde schon gern auch irgendwie supporten, weil wenn ich jetzt warte, bis es irgendwie im Angebot ist, dann habe ich immer das Gefühl, ja, dann habe ich nur mich belohnt damit, dass ich gewartet habe. Aber bei den Entwicklern habe ich damit, glaube ich, weniger geholfen. I don't know, habe mich noch nicht entschieden. Ich meine, es sind auch 100 Tacken, glaube ich, was es kostet. Und jetzt im Geld schwimme ich jetzt auch nicht gerade. 110 kann sein, ich dachte 99 irgendwas kostet die Elix Edition, guck so, oder? Nicht so gut. Das Spiel ist im Game Pass, ja, ist richtig, ja. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch Blitzer... Ne, hä? Ach so, ich muss 153 kmh bei dem Blitzer schaffen hier. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Ich werde gerade den Blitzer da vorne nehmen, ich hole aber mal von hier Anlauf. 110 bei Windows und 99 bei Steam. Okay, krass, warum kostet die Windows-Version mehr? Sehr interessant, wegen Xbox wahrscheinlich, weil da halt Play Anywhere-Gedöns mit dabei ist. Gibt's einen, die Bienen das verachten? Ja, das sind halt so Key-Seller aus, wo du dann so ein China-Key bekommst. Aber, ja. Wie gesagt, mir ging's ja nicht jetzt darum, bei sowas, das billig abzustauben, weil dann würde ich's gar nicht kaufen. Da könnte ich einfach auch den Game Pass nutzen. Aber... Naja, egal. Äh, machen wir erstmal hier weiter. Ähm, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir haben... Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Prüfungen, Event-Lab, Event-Lab, wir haben Spielplatz-Partie. Guck mal, Polizeisirene gibt's mal wieder zu gewinnen. Ja, Geheimtipp. Ähm, wir haben... Zwei Meisterschaften, drei PR-Stunts, eine Schatzsuche, eine Foto-Herausforderung und eine Open. Dann beginnen wir erstmal mit der Schatzsuche. Ähm, stratosphärisch. Was für eine Anspielung. Lache die Gefahr aus, wenn du mit deinem Launcher durch die Luft segelst, dann gehören die Schätze dir. Okay, also wir sollen einen Stratus nehmen und ein, äh, ja, Danger-Sign machen. Die Frage ist jetzt halt nur, ob es reicht, einfach irgendeins zu machen oder was da genau mit gemeint ist. Wir gucken einfach mal. Ich nehm jetzt einfach mal den Stratus in der Serie. Mal gucken, ob es damit reicht. Und, äh, Lias Papa, danke dir für den Reset mit Prime. Danke dir. Habe mir die 300-Euro-Version gegönnt. Mal schauen. Ja, die ist halt natürlich überall ausverkauft gewesen. Da musste man schnell sein. Aber bei sowas... Ich weiß nicht. Ich hab halt früher... Habe ich öfters mal solche Collectors Super Duper Edition gehabt. Und fast bei allen Spielen, wo ich das gemacht hab, war das Spiel nachher echt kacke. Und deswegen mach ich das nicht mehr. Weil irgendwie, ja... I don't know. Schlechte Erfahrung mitgemacht. Sagen wir's so. Ähm... Ähm... Äh, 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 äh. Ne, das ist Wegbereiter. Ich soll einen Sprung machen. Komm, ich mach einfach den hier am Dings. Aber ich glaub, da werd ich zu langsam für sein. Hebrüren ... ... ... ... Ja, da wird viel zu langsam sein. Ja, das wird nicht gut gehen, glaube ich. Aber, okay, doch. Hat trotzdem irgendwie geklappt. Ich beschwere mich nicht. Okay, da oben bei der Athena wahrscheinlich ist es dann. Gucken wir mal. Sicherlich werde ich vorhin zum Motorsport irgendwie in irgendeiner Form mal kaufen. Ah, ich bin schon dran vorbeigefahren. Moment. Das wird, mach was dich glücklich macht. Das musst du uns nicht fragen. Ähm, so, das haben wir auch. Dann, ähm, Hashtag Beachparty. Fotografiere einen beliebigen Lamborghini in Braia Azul. Okay, das kriegen wir doch hin. Schon seit paar Wochen. Guten Morgen an dieser Stelle. Guten Morgen an dieser Stelle. Tabelle fehlt eins Collectors Edition, was spielt gar nicht dabei. Das ist halt die ganz besondere Collectors Edition. Da musst du, da musst du wirklich collecten. Ja, das sieht man mal, was für ein schlechter Mod du bist, dass du nie in die Streams guckst. Hast du dich grad selber, äh, geoutet. Denk mal drüber nach. So, das haben wir auch. Äh, jetzt muss ich grad überlegen, äh, wollen wir, was ist denn Open für eine Aufgabe? Ja, beschließe an der Horizon Open Rennfallinstellung mit einem beliebigen italienischen Auto ab. Habe ich was in der A-Klasse? Halt, auf S1 habe ich, glaube ich, keinen Bock. Beliebig italienisch A. A und gut, halt, natürlich. Glaube eher nicht. Ah, der Gallardo. Doch, der Gallardo wäre eine Idee. Der Gallardo wäre eine Idee. Können Sie mal probieren. Das heißt ja nur abschließen, ich muss ja nicht gewinnen. Äh, ich mach mal den Chat hier kurz. Ups, das war das falsche. Chat mal kurz hier rüber. Ähm. Und dann gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Das heißt ja nur Rennveranstaltung. Das heißt ja nicht, äh, Straße oder so, ne? Das heißt, ich kann ja ruhig schon Schotter machen. Ich probier's einfach mal. Das Ding ist ja für einen Schotter gebaut hier. Ah, Boneshaker, stimmt. Da kann ich mich wieder drüber aufregen. Naja, egal. Dann ist halt die Challenge, die Boneshaker-Fahrer einfach zu ärgern. Und da, dass man nicht individuell nehmen darf. Okay. Habe ich jetzt zwar nicht gelesen, aber wir probieren's einfach aus. Für die Wissenschaft. Dann wissen wir mehr. Dann wissen wir. Untertitelung. BR 2018 Ja, aber ich glaube der J50 ist, also ja, offiziell ist es eigentlich ein JDM, aber ich glaube im Spiel ist er trotzdem als Italiener, oder? Wenn du jetzt auf Land Italien gehst, dann taucht er trotzdem wahrscheinlich eher da auf, oder taucht er wirklich bei Japan auf. Man kann es ja testen im Spiel. Ist unter Italien, ja, haben wir ja schon fast gedacht. Weil die halt die Verknüpfung immer von der Marke aus machen. Deswegen ist auch jeder Ford amerikanisch. Obwohl es ja Ford tatsächlich schon auch Ford Europa, Ford Australien und so weiter gab, gibt es wie auch immer. Großbritannien gibt es ja auch nochmal extra. Aber im Spiel ist es halt einfach, ja, Ford ist amerikanisch fertig. Und so ist halt Ferrari automatisch italienisch fertig. Obwohl jetzt der 4.50 eigentlich ein japanisches Fahrzeug ist. Oder für den japanischen Markt ist. Das ist natürlich immer auch dann Definitionssache. Und so ist es ja auch noch ein japanisches Fahrzeug. So, gucken wir mal. Ob es damit funktioniert oder nicht. So. Bisschen mehr untersteuern als gedacht. Ach, scheiße, es ist ja Kollision. Wo wir gerade schon ganz gechillt hier einfach durchfahren. Euch alle. Ja, jetzt wird es eklig. Jetzt fängt nämlich... Der eine fängt nämlich schon an hier, der U-Bus die ganze Zeit zu crashen. Er kann nämlich schon nicht fair fahren. Das ist ja nicht vorbei. Nee, nee, nee. Ich muss jetzt halt vorbei drücken. Irgendwie... Ich habe gerade den Lambo nicht rotiert. Das ist ja nicht. Gegen BMW im Rallye-Verlierer, das ist schon fast peinlich. Okay, ich habe doch gewonnen. Hä? Hat der BMW jetzt am Ende noch den Checkpoint verpasst? Ja, gut, kann ich jetzt auch nicht hinein, weil gewinnen musste ich ja nicht. Äh, Koko, nope, nichts gegen dich, aber wenn ich das jetzt einmal mache, dann will es jeder, weißt du? Und für das, ja, für das mache ich die Streams nicht. Meine ich nicht böse, auch wenn es jetzt für dich böse ist, aber mache ich nicht. fonts, ja! Vielleicht kommt ja mal noch das, aber das kann ich nicht versprechen. Kommt vielleicht mal noch das Design-Test-Format zurück im Let's Play. Da könntest du dann sowas zum Beispiel einreichen. Aber, ja. Das kann ich dir halt leider auch nicht versprechen. Ja, Junge, Alter. Ja, und ich werde ausgebremst, ey. Das ist so lächerlich. Er schiebt mich so in die Maul, aber ich werde ausgebremst. Das ist halt mal so lächerlich im Spiel. Da hoffe ich halt, dass das neue Motorsport diese Erkennung halt aber besser hinkriegt. Dann kacke ich dabei noch. Ja, ich werde ausgebremst. Ja, ich werde ausgebremst. Ja, ich werde ausgebremst. Ich werde ausgebsten. nicht zu schnell nicht zu schnell Das war's für heute. So, gucken wir mal, ob das trotzdem jetzt gezählt hat. Achso, es gibt noch ein drittes Rennen halt, okay. Okay, der war meint. Oh, jetzt ist dieser Rundkurs da, ne? Okay, schauen wir mal. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, passt aber auch ziemlich gut zum Monza Grand Prix in Italien in der Formel 1. Ich glaube, das ist nämlich der offizielle Grund. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aua, furchtbar. Danke Memphis. Warum heftest du jetzt dein Ding hier an? Das wurde, wenn du zugehört hast, habe ich mich entschuldigt. Wunderlos und so, Jelba, danke euch. Du, ich lese deine Nachrichten. Ich halte sie einfach nur halt für dumm. Deswegen ignoriere ich sie. Ganz klar. So, ich glaube, es hat aber gezählt. Oder auch nicht. Schade. Okay, dann muss man doch... Horizon Rennfahrt mit einem beliebigen tändischen Auge. Ja, kann halt sein, dass... Also entweder darf man nicht die Freien machen, die individuellen, wie schon geschrieben wurde. Oder es muss halt wirklich Rennveranstaltungen, also quasi Schotter geht halt nicht. Aber dann lasse ich es auch weg. Also wegen den zwei Punkten mache ich jetzt keinen Stress. Ich habe es mal probiert und damit hat es nicht geklappt. Deswegen machen wir jetzt lieber die Prüfung. Italienischer Sport SUV 800. Ach, dann nehmen wir einfach... Nehmen wir einfach den Urus. Wobei es ist, glaube ich, Gelände, ne? Sehe ich gerade. Dann nehmen wir vielleicht doch was anderes. Oder vielleicht habe ich... Habe ich nicht den Urus sogar auch einmal fürs Gelände aufgebaut? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, habe ich tatsächlich. Dann nehmen wir den mal. Ach, Dadut, wenn du gemeint zu mir bist, bin ich auch gemeint zu dir. Da kenne ich keinen Erbarmen. Okay, dann ähm... Gucken wir mal. Ja, und ich bin gemeint zu dir, weil du gemeint zu mir bist. Merkst du was? Das Huhn oder das Ei, ne? Und so. Einigen war uns einfach da drauf, Dadwood. Du bist gemeint und ich habe heute irgendwie gerade keine Lust zu scherzen. Also mach, was du willst. Du bist so. Man. Ja. Du bist da. Du bist so. Dad siehst du... Ohne. Du bist so. Ist das!" Du bist und völlig신 원. Aber ich gebe mich niemals. Ja, gucken wir mal, wie es damit läuft. Vielleicht nicht nur den falschen wählen, sonst wäre alles dahin. Ich sehe eine hohe Präsenz an Urussen. Was ist die Mehrzahl von Urus? Ich glaube nicht. Uris, oder? Lamborghini Uris. Ach, Team Carried mich schon durch. Wie immer. Ich kann ja nichts. Dive ins Glück. Ich dachte, bevor die mich da hinten diven, dive ich lieber. Die Dreivatare soll es mal erlaubt sein, ausnahmsweise. Der Platz da, hier kommt. Der Alpha Uri. Folgt mir, ich leuchte den Weg. Der neue Geheimgang hier. War nicht so schnell. Ah, man kann es Skill nennen. Man kann es aber einfach auch nur Überlebensinstinkt nennen, in etwa fünf Multiplayer. Quasi nach dem Motto, wenn ich ramme, dann ramme andere mich nicht so. Sogar wenn ich zu Erdbeck ramme, dann... Mit dem Urus werde ich sogar besser gefahren, gerade eben, wie mit dem Gallardo. Der Gallardo war halt nur so semi-gut aufgebaut. Also für CVR war er sehr gut, aber für so Rennfahren eher weniger. Für CVR aufbauten kommt es halt hier und da doch immer auf ein paar andere Dinge an. Selbst im zerstörten Zustand des Fahrzeugs noch einigermaßen gut zu handeln ist. Dass du auch in langsamen Ecken und so mit Griff aufbauen kannst und solche Geschichten. Schauen wir mal, ob das Team wirklich carryet oder ob da noch was schief geht. Aktuell sieht es gut aus. Eift und Nightwolf carryen mit. Sehr schön. Was vertreibt Kummer und Sorgen? Richtig, ein grüner Wheelspin. Reimt sich nicht. Genau deswegen ist es auch nicht so geil. So, zweites Rennen. Und hoffentlich auch finaler Run. Dann haben wir noch Minispiele. Haben wir eine Menge zu tun diesmal. Gut, halt eine Meisterschaft weniger, aber Minispiele geht in der Regel länger. Oder gerade so lang. Länger als ein Rennen, aber Meisterschaft sind ja drei Rennen. Ach, never mind. Ich laber wieder Bullshit. So wie halt immer. So wie halt immer. Ah. Oh wow. Wir sind ein bisschen zu schnell. Oh, Wallriding ist ja voll gut. Sorry. Nicht her der Lage. Ja, ich bin ein bisschen zu schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, dann entschuldigt er sich. Ich merke schon, dass mit uns zwei wird nicht gut ausgehen. Deswegen lasse ich da, glaube ich, lieber mal ein bisschen Abstand und gönne ihm seinen Spaß. Diese Bodenwellen. Das hier runterballern mit diesen fetten Dingern ist gar nicht mehr so einfach. Haben die Entwickler auch immer schön noch gedacht, lass uns nochmal richtig schön ein paar Kuppen vor den Kurven einbauen. Und das ist richtig unkontrollierbar wert, das Ding abzubremsen. Sehr schön. Hey Ray, kann man Modo Fest schon am 11. spielen? Wenn man vorstellt, release es ja erst um 14. Ja, bei irgendeiner Edition. Fragt mich aber nicht. Ja, bei Ultimate auf jeden Fall. Ach Gott. Achso, genau, da gab es ja so mehrere Editions. Ja, steht dabei. Also guck mal bei den Editions, was dabei ist. Das steht ja dabei, ob Early Access dabei ist. Also bei Ultimate auf jeden Fall. Bei der anderen, glaube ich, auch. Weil die Ultimate hat ja, glaube ich, nur so zwei, drei Designs oder so, was man nicht wirklich braucht mit dabei. Groovemaster, danke dir für den Tier-1-Sub oder bis zum Beispiel für den Prime-Sub. Dankeschön. Danke für den Support. Willkommen, willkommen. Hingegen Muskeln. Aber ist beides nichts vorhanden bei mir. So. Den Hammer. Sehr schön. Dann, ähm... Ja, Minispiele. Landitalien S1-900 auf dem Flugplatz, ne? Oh Gott. Habe ich da was aufgebaut? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Land. Italien. So, ich kann jetzt gar... So, so dumm. Ich kann jetzt ja gar nicht, ähm... Das nochmal separat sortieren. Also ich habe schon was auf S1-900, aber halt jetzt nichts für Gelände. Da jetzt extra was aufbauen? I don't know. Oh. Nochmal extra ein Urus dafür aufbauen. Ah, ich weiß nicht. Ohne Gelände ist halt... Doof. Vielleicht muss man schon was aufbauen. Ich bin da Vinci auf Gelände aufbauen. Oh, ich glaube, der kriegt halt keine Kurve hin. Ah, doch, Lambo mit Geländereifen. Äh, aber nicht auf S1-900, oder? Ja, den Huracan habe ich mal aufgebaut, aber der ist halt, ne, dann zu schwachbrüstig. Der A800. Was wir aber probieren könnten... Mal probieren, den Super-Trofeo auf Gelände umzubauen. Hätten da jetzt irgendwie Bock drauf. Das geht 100 pro. Probieren wir das mal. Graf Württemberg, grüß dich. Flugplatz und das Zweite ist bei Ekbalam. Hä, das sind zwei verschiedene Minispielareale. Okay, ist ja crazy. Egal, ich probiere das mal. Müssen ja mal neue Wege gehen. Ja, muss ja mal was Neues probieren. Mal das Tuning runter von... Weil wenn ich hier jetzt Geländereifen drauf packe, dann geht der vom Leistungsindex garantiert nach unten. Der wird keine Offroad-Reifen haben. Schauen wir mal. Wow, braucht's auch, würde ich sagen. Jo, aber die werden auch funktionieren. Sieht halt so geil aus in den Offroad. Machen wir euch nicht zu viel Power schon. Ja, war klar. Geben wir überhaupt dann trotzdem genug Leistung rein? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bei Wupraum könnte was ausmachen, ja. Guck mal, das funktioniert. Mal vorn, grüß dich. Ich meine, der hat so viel Anpressdruck, als dass wir wahrscheinlich sowieso nicht die Geländereifen brauchen. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie wir das am besten einstellen, das ganze Fahrzeug. Auf jeden Fall gehen wir mal deutlich runter mit den Reifen drücken. Aero würde ich, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ob wir so viel Aero wirklich brauchen. Ich lass es mal so. Sagen wir, wir gehen mal hier so. Schauten. Probieren wir es mal aus. Ah, das wird schon irgendwie klappen. Von Ma, danke dir für den 17. Re-Sub mit, oder beziehungsweise Tier 3 Re-Sub. Vielen lieben, lieben Dank dir. Beste Streamer neben KZOR aus Bremen. Muss ich leider sagen, ich kenne den anderen Streamer nicht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Vielen, vielen Dank dir für den Support. Wie lange Zeit vor allem auch. Kovic, grüß dich, guten Abend dir. Ich glaube, ich ändere doch nochmal ganz kurz das hier ab. Ich mache das mal ein bisschen weniger und das doch ein bisschen wieder höher. Ein bisschen Stabilität will ich dann doch haben. Wenn es in den Kampf geht. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich eine der exotischen Auswahlen von Fahrzeugen haben. Ob es die beste Wahl war, wahrscheinlich eher nicht. Das ist jetzt halt quasi der Lamborghini Huracan-Sterato-Super-Trofeo oder Super-Trofeo-Sterato ist auch ganz klar. Ja gut, das liegt schon an der Fahrzeugwahl. Es sei denn, du nimmst eine Dodge Viper, da könntest du Kurven fahren mit. Aber mit allen anderen Dodges würde ich sagen, sind nicht fürs Kurvenfahren gebaut. Das kann ja was werden jetzt. Mein Beileid schon mal an meine Teammates, dass sie mich im Team haben. Oder Glückwunsch. Wir werden gleich mehr wissen. Ich kann das überhaupt nie einschätzen, ob das jetzt was taugt oder nicht. Also während der Runde werde ich es dann schon merken, aber jetzt hier eher nicht. Ja, driften ist gar... Ja, so driften kommt halt immer drauf an, ob du einfach nur ein bisschen querrutschen möchtest oder ob du halt wirklich gekonnt driften möchtest. Letzteres kann ich auch nicht, aber so ein bisschen querfahren, das geht eigentlich schon, finde ich, mit Forza. Ja, aber auch mit Lenkrad oder gerade mit Lenkrad. Ist natürlich ein bisschen mehr Schweißarbeit. Controller musst du nur ein Stick links rechts bewegen, das ist ein bisschen weniger stressig. Ja, ich fall schon ein bisschen aus dem Wasser. Yassi Racing, grüß dich. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Nachteil ist definitiv, dass ich keine Geländereifen habe, sondern nur die Rallye-Tires, aber... Jetzt schauen wir mal. Dafür habe ich einen dicken, dicken, dicken Heckflügel. Das hat von der Konkurrenz auch keiner. Okay, der SVJ ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber... Naja, wir kriegen schon hin. Weil zwei mit einem Alfa Romeo 33, Sradale, ist natürlich das absolute OP-Fahrzeug im Gelände. Aber... Den werden wir jetzt einfach fürchten werden. So nämlich. Was? Der hat mich never ever berührt. Lölz, klar. Ey, ich liebe Netzwerksynchronisationen. Der hat mich niemals berührt gehabt. Never. Das war für mich eigentlich ein Safe-Call, dass ich die abgegeben habe. Ah, naja, gut. Aua, danke dafür. Aua, danke dafür. Soll ich extra so schön eine Wende machen, damit ich hier schön vorne komme. Aber dann halt scheinbar nicht. Na, die scheiß Fässer, Alter. Ey, jetzt habe ich aber aus Glück gepachtet gerade. Jetzt rutsche ich da in diese Fässer rein und die drehen mich genau in den Rhein. Das hätte ich jetzt schön da an dem vorbeifahren können. Ja, okay. Das tut mir leid an meinem Team. Das sind jetzt schon zwei Punkte, die ich quasi nicht gemacht habe. Ja, okay. Da hat er mich jetzt berührt. Ich mache es aber auch gerade nicht schlecht, muss ich sagen. Komm, einen Punkt muss aber jetzt drin sein. Oh, da. Jetzt haben sie gut gepunktet, meine Mates. Aber ja, eigentlich sollst du halt so zehn Punkte, sollst du das schon machen eigentlich. Aber noch ist ja auch nicht vorbei. Noch können wir es ja schaffen. Wenn ich nicht gegen einen Baum rasen würde. Okay. Vielleicht kann ich die ja ein bisschen ablenken hier. Jetzt kommt natürlich noch einer von hinten angeschossen. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, nochmal werde ich jetzt wahrscheinlich nicht eine Dings hinlegen. Bocken wir die immer ein bisschen ab hier. Sehr schön. Da habe ich immerhin die ein bisschen abgelenkt. Ja, das war jetzt natürlich keine starke Runde. Meinerseits keine einzige Placke abgegeben. Das kennt man von mir ja so gar nicht. Na ja, mal gucken. Das war mal ja gar nicht so. War halt auch nicht gut gespielt, meinerseits. Die erste Flagge fand ich ein bisschen lächerlich. Der Rest war nicht gut gespielt. Beziehungsweise die letzte. Gut, dass da einer von hinten da so ein... so ein persönliches Attentat auf mich verübt. Das kann man ja nicht riechen. Geil. Das nehme ich schon wieder zu sehr auf den einen. Den habe ich immerhin. Jetzt schon drei Flaggen abgegeben. Oh, wir haben da tatsächlich doch noch zehn Flaggen geschafft. Dann haben wir das geschafft. Wir haben jetzt im ersten Rand schon drei... Drei, genau. Drei geschafft haben. Ist schon stark. Guck mal, der kommt. Hier. Als ob der einfach so durchkommt. Willst. Ich dachte, der Lambo da hinten, der blockt den noch. Naja. Das, äh... Lief ja jetzt nicht so gut, ne? Ja, das werden wir nicht schaffen. Die spielen es einfach zu gut. Ach, scheiße. Ja, die spielen es einfach besser. Ich glaube, ich hätte vorher auch nicht so egoistisch immer alleine irgendwie was zu suchen sollen. Als ob der gepunktet hat. Alter, was machst du denn in deinem Aventador? Alter, da steht er rum und... Ah, mein Junge. Beweg dich. Wenn du geghostet bist, dann bringt das uns nichts. Ich denke, der blockt den da und dann ist er einfach geghostet und macht nichts. Ich bin zu dumm, um den abzufallen. Sag lieber gar nichts. Ich krieg's da auch nicht besser hin. Junge! In deinem Team! Halt die Fresse! Oh Gott. Ja, das wird natürlich nix. Ja, das haben sie gewonnen. Das ist gut. Als ob der geleckt hat. Habt ihr das sehen, wie der geleckt hat? Ja, das war leider nix. War jetzt halt einfach schlecht von mir gespielt. Null Flacken, ey. Das hab ich schon lange nicht mehr geschafft. Nee, das ist keine Ohne, das gibt's nicht. Das Team, was als erstes diese Anzahl geschafft hat. Und die haben vor uns 10 Flacken geschafft. Freddy, grüß dich. Ach, die Hupen. Viel schlimmer ist, dass sie den 33 Stradale nutzen. Das ist ein absolute OP-Fahrzeug. Aber lieber das als so ein Boneshaker. Ich kann ja Hupen ausstellen. Also, ich könnt's ja ausstellen. Aber ich hab's halt nicht. Deswegen muss ich damit halt leben. So, jetzt mal ein bisschen die Grand-Steration. Vielleicht läuft es ein bisschen besser. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war's für heute. Das war ein bisschen blocken. Oh Leute, kommt zurück. Nicht da rumcampen, da hinten. Das bringt noch nix. Die haben noch nicht gemerkt, dass sie eigentlich... Naja, gut, okay. Jetzt muss ich alleine. Ich hab versucht, das irgendwie abzufangen. Das wird ja nix. Einer kommt mir jetzt zu Hilfe. Jetzt werde ich gehostet, weil ich zu langsam bin. Das war klar, dass er mich austanzt. S1 ist aber auch schon fast zu schnell, ey. Kacke. Gamescom war tatsächlich ziemlich enttäuschend. Was macht denn der Aventator? Der schläft mit offenen Augen, ey. Das gibt's doch nicht. Ey, Mann. Den hätten wir so easy verteidigen können. Aber unser Aventator ist einfach so ein Tagträumer. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, Junge, Samuel, ey. Du bist echt ein Minus, Mensch. Ja, ist besser, wenn du jetzt das Spiel verlässt. Als ob der so hoch geflogen ist. Habt ihr das gesehen, wie hoch der geflogen ist? Hätten sie niemals verteidigen können. Naja, sieben. Ich soll mal probieren, so hoch drüber zu springen. Wie hoch der fliegt. Aber klar, mit dem 33 Stradale brauchen wir eh nicht drüber reden. Das Ding ist so OP. Ja, weil du da bist, Dartwood, bin ich unentspannt. Gas. Samuel ist jetzt schon... Es ist einfach Imposter Nummer 1 im Team, ey. Ich sag's euch. Ja, Gelände wären halt schon besser. Die Rallye-Tires sind halt schon echt nicht geil, weil du einfach nur rumrutschst. Ob die Aero ein bisschen erhöhen sollen, müssen wir auch immer. Boah, jetzt kämpft da einer noch hinter der Ecke, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, klar, natürlich bleib ich jetzt an so ner Kante hängen. Gut. Ja, aber das Gegner-Team ist auch grad nicht so gut koordiniert. Geh mal hin. Einen Punkt noch. Und wenn wir jetzt gleich schaffen, dann könnten wir sogar... ...kommen haben. Fängen wir die einfach mal ein bisschen ab hier. Nice. Sehr gut. Easy. Ja, Dadwood, schönen Tag dir. Schön, dass du reingeschaut hast. Boah, soll's mir gehen. Okay, sag ich jetzt einfach mal. Ich glaube, wer das Infovideo gesehen hat, äh, vor knapp anderthalb Wochen, weiß ja, dass es mir jetzt nicht sonderlich gut gehen kann. Aber passt schon. Danke dir. Und es geht in die dritte Runde, ey. Gibt's immer einer weniger. Samuel, der Imposter, ist weg. Vielleicht besser so. Ich weiß es nicht. In die Sprünge ist das Auto halt mal gar nicht gemacht, ne. Ja, das war jetzt kacke, ey. Das ist der eine da. Ja, vielleicht kann ich sie ja ablenken. Wo sind denn jetzt meine Mates mit den anderen Flacken? Ist der einzige da noch ne... Blöder ist. Ja, so lange kann ich jetzt die nicht ablenken, schätze ich mal. Ne, sieht nicht so aus. Das war so klar. Halt die Fresse. Okay, hab ich nicht mal die Flacke aufgenommen. Wieso sind der so viele hier? Ach, Mann. Was macht die? Was sind denn alle? Naja, wie gesagt, mit den Rally-Reifen ist das echt nicht einfach. Da hänge man rüber dran. Muss es schon echt über die Geschwindigkeit machen. Und wir es jetzt nicht schaffen, da irgendwie zeitgleich anzugreifen. Was wir auch wirklich nicht schaffen, dann kannst du das eh knicken. So, jetzt aber. Das ist mein Punkt. Ich glaube, das werden wir jetzt leider verlieren. Ah. Da ist halt nochmal einer. Verdammt. Ja, ist halt einer zu viel. Und wir sind halt jetzt dann doch leider einer zu wenig. Naja, ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt wird es eh super schwierig Beide 33 Stradale verhindert, das ist schon genug Tugend genug Ja, da braucht ihr auch eure Hupe gar nicht Ihr habt gerade verkackt, Jungs Schon bitter, wenn man einem einzigen Spieler nicht vorbeikommt Ich liebe ja Leute, die irgendwo dagegen funktionieren Und dann stecken bleiben Dadurch manövrieren sie dich aus Na ja gut, war eh abzusehen, dass wir die Runde nicht gewinnen Ey, Polizeisirene Endlich Sehr schön, dann gucken wir doch mal Puh, haben wir noch ein bisschen was vor uns Dann, ja, Event Lab Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet Hm, ne, Unterhosen so Ich glaub nicht, ich glaub Need for Speed Unbound ist für mich, glaub ich, erledigt Ich hab's nur überlegt gehabt Ähm Aber Hab mich dann doch irgendwie dagegen entschieden, weil irgendwie, ich weiß nicht, anbauen Also ganz ehrlich, jetzt kommt der Crew Motor Fest Wir haben andere Spiele noch Ne Ist für mich raus Und äh, andererseits Ja, weiß nicht, ob ich wirklich die Need for Speed Geschichte da grad aktuell unterstützen möchte Diese teuren DLCs Und überhaupt deren Spiele aktuell Also Also ich hätt ja schon mal wieder Bock auf ein geiles Need for Speed Aber was da halt aktuell so passiert, ne Also ne, ich Hab meinen Spaß gehabt mit Unbound, aber Joa Das ist ja alles grad nicht so Deil Irgendwie Äh Der war letzte Woche, ne Ne, wenn du ihn verpasst hast, dann erstmal nicht Glück hast, vielleicht am Auktionshaus, aber Der Randsteine des Todes hier In der Stadt willst du nicht, äh, auszusehen Mit dem Randstein fahren Aber Ja Nicht dafür, alles gut Joa Da ist es passiert Ja, es Die Strecke erinnert mich auch irgendwie so So ein Oldschool Rennspiel Irgendwie so Keine Ahnung Geil finde ich es jetzt nicht, aber Joa Vielleicht gemacht ist es auf keinen Fall Aber nur weil etwas gut gemacht ist, äh Ist es zwangsläufig trotzdem echt geil Ist halt ein bisschen zu eng, ne Für so Rennfahren, sag ich jetzt mal Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die gleiche Stelle, Aua! Aua! So, das war der eine Reich, folgt der nächste Modern F1, habe ich gerade noch irgendwie gelesen. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm... Ja, warum nicht? So, Lä... Sogar hier mit richtig parkenden Autos. Ja, also Formel 1 würde ich jetzt sagen, ist das nicht unbedingt, aber... Bisschen zu eng für Formel 1. Äh... Bis gewissermaßen hätte ich, glaube ich, eher ein KDM genommen. Ja... Ja... Von der Arbeit her natürlich auch wieder sehr cool. Ich glaube, ich fahre hier mal eher in der Mitte. Die Dinger hier holen, glaube ich, sonst zu sehr aus. Aber ja, das ist, äh... Für so ein KTM oder so, also so ein kleines Track-Toy ist das, glaube ich, richtig geil. Schön eng und so. So was Schnelleres, Power-mäßig ist es dann doch ein bisschen zu eng. Das ist ja... Ich fahre auch nicht um die Ecke rum. Gut, ich habe jetzt auch gerade nicht unbedingt das wendigste Fahrzeug ever gewählt, aber... dennoch... Ja... So, la... Und, let's go! okay dann gucken wir mal als nächstes stehen die pr stunts an habe ich schon gehört was mit open top drifter schauen wir doch mal und dann haben wir tendenziell noch zwei meisterschaften wobei ich da jetzt einfach mal gucken ob wir da überhaupt beide machen so jetzt erst mal pr stunts italienische hypercars italienische cabrios italienische hypercars okay dann machen wir erstmal das mit den hypercars machen wir das aber wieder über die map ist glaube ich ein bisschen besser einzusehen okay also 480 meter fliegen und das ist 300 okay das irgendwie hin würde ich sagen holen wir uns mal ein bisschen schwung von hier italiano hypercario ich sitze gerade schon im hypercars aber ich glaube wenn wir so weit fliegen müssen jetzt müssen wir gucken also ich hätte eher nach performance klasse vielleicht gucken gendinario haben wir letztes mal ein bisschen getunt er dürfte ja eigentlich dann genug power haben ich meine da die lambos ja sowieso so ein bisschen jetfighter style haben wissen die ja natürlich wie man fliegt das ist ja alles gar kein problem oh gott wehen sein und wiii ich glaube die landung ist eher das problem oh passt aua das ist trotzdem weh gut dann noch den blitzer das kriegen wir damit auch noch hin oder 273,6 auch wenn er jetzt nicht für kurven fahren gebaut ist aber irgendwie hin was muss hypercars sein das heißt der fxk würde gar nicht gehen mal gucken ob ich damit überhaupt in die kurve kommen so schnell das ist schon verdammt schnell ich versuche mal die geschwindigkeit grad eher zu halten ne der untersteuert es so sehr aber es reicht kein problem habe ich jemals daran gezweifelt natürlich schon jetzt noch die driftzone schaffe ich das mit dem serien kringens kirchens was zählt denn überhaupt alles als cabrio das ist jetzt noch die viel bessere frage der chink wäre auch weil ich meine man kann ja das dach abnehmen nicht direkt ein cabrio soll ich es mal versuchen oder hat es jemand schon versucht ich versuche es mal ja der portofino ist klar das habt ihr ja schon geschrieben warte mal wie viel müssen wir denn schaffen wie viele punkte 130 ok wir probieren es einfach mal prüfung habe ich schon gemacht ja ja stehen auf jeden fall auch andere chink bis da also scheinbar entweder haben sie es versucht und es geht nicht oder sie haben es versucht und es geht nicht auf jeden fall auf jeden fall bei einem bei einem einer der Ja, hat geklappt. Okay, Cinkwe geht. Cinkwe approved. Okay, wunderbar. Ja, kann ich... Achso, hätte ich mir das anzeigen lassen können. Manchmal bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das geht. Alter, zugelassene Autos, hast recht. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich hab's schon geschafft, jetzt geht's nicht mehr. Egal. So, was haben wir denn? Boah, C600 Launcher machen wir jetzt eher nicht. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch für den... Drei Punkte. Ja, okay, komm. Dann reicht die eine Meisterschaft hier, Lamborghini S1-900. Ich hab Voll-Bulli-Parade gelesen. Dacht, was hat jetzt die Bulli-Parade damit zu tun? Ja, man liest halt immer, was man will. Also, Abendela J.S. Ja, ich glaube halt alle, wo man halt das Dach auch ab und drauf machen kann wahrscheinlich, ne? Also, wo das halt hier geht. Was mit dem Dach drauf, Dach ab, so irgendwie. Die werden wahrscheinlich grundsätzlich schon mal gehen. So. Ähm, okay. Ich wollte eigentlich ein Tuning nehmen, finde aber keins. Äh, ich weiß nicht, ob ich das freigegeben hab. Was bin ich denn gefahren bei der Prüfung? Den, äh, Dings hier, ne? Den, 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 den Urus. Den hab ich nicht freigegeben. Ähm. Äh, S4J wäre, glaub ich, eine gute Wahl. Ja, komm, S4J. Ja, den hab ich, hab ich nicht freigegeben. Kann ich aber gerne noch freigeben, wenn du den unbedingt haben willst. Und let's go. Oh, den SCO hab ich noch gar nicht abfotografft, f-futelt. So, ich bin so faul, wenn's um die Fotos geht, ne? Immer die Playlist-Streams dafür missbrauchen. Ich hab aber schon lange nicht mehr gefahren, den, den S4J. Mir haben wir vielleicht gar nicht schlecht, den auch mal wieder anzupacken. Eigentlich lange genug drauf gewartet, auf das Fahrzeug. Aber, ich rück mich hier mal durch, Entschuldigung. Ja. Und hier rüber und... Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Danke. War eigentlich schon krass, ne? Wie viele Fahrzeuge wir Side-Release jetzt auch wirklich mit ins Spiel bekommen haben. Also, in puncto Fahrzeuge würde ich mich aktuell echt nicht mehr so beschweren. Klar gibt's das eine oder andere Fahrzeug, was man gerne sehen würde, das ist klar. Aber so jetzt vom Ding her, muss ich sagen, in puncto Fahrzeuge hat sich da schon echt viel getan. Und dann vom Ding her, muss ich sagen, in puncto Fahrzeuge hat sich da schon echt viel getan. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt hoffentlich so klar. Ja, ich mach die Meisterschaft noch schnell fertig. Rakete gerade aber, dann geb ich's frei. Aber sonst müsste ich jetzt die ganze Zeit hin und her wechseln. Achso, das Ding müsste ich noch ändern. So. Ist das jetzt wieder hier so ne doppelt gemoppelte... ...Dichte? Ja, ne? Puh, okay. Wir sind doof, wenn sie Event-Lab und Meisterschaft auf eins legen. Das hat mich am Montag schon verwirrt. Aber diesmal nicht. Hoffe ich. Rubis World, grüß dich. Drei Runden im Oval. Okay, das ist schon fies, oder? Also, wenn die Geschwärkeitsgrad ist relativ niedrig angesetzt, aber trotzdem... Jetzt gucken wir mal... ...ob der Superveloce Jota... ...was taugt hier. Aber ich glaub, ich krieg's hin. Ja, drei Runden, kein Problem. Ich hab niemals daran gezweifelt. Aber im normalen Schwierigkeitsgrad, den ich normalerweise habe, hätte das natürlich nicht geklappt. Aber bei den Meisterschaften fährt man ja auf einem festgelegten, in meinem Fall niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Dann klappt das schon. Ja, freut mich. So, dann... Äh... ...ist noch die eine Sache da oben. ...wahrt schon gefahren, ne? Ja, glaub ich. Ah, ich kann's schon gar nicht mehr auseinanderhalten. So, dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Bereit Wie weit gekonnt. Wie eine 1. Wie weit und 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 ja 7 zu P, ja das fand ich in Horizon 4 auch deutlich besser gelöst, dass man dort selber wählen konnte und das halt dann nur hieß.. mindestens die Schwierigkeit, aber ansonsten musstest du es selber wählen. Ist ja auch ein bisschen schade, dass die Option einem nicht mehr geboten wurde. Man hat ja jetzt keinen... Also es ist ja nicht nötig, dass es für alle gleich ist, meiner Meinung nach. Also wenn man es sich so schwerer machen möchte, dann go for it. Ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Ranglisten- Wettbewerb ist oder so, wo alle irgendwie die gleichen Bedingungen haben müssten. Also in dem her, das finde ich jetzt auch, oder fand ich auch von Anfang an ein bisschen unnötig. Ein Huracan-Performante. So, jetzt willst du noch ein Urus-Dingens haben? Dann gibt's den auch. So, den holen wir uns auch noch schnell ab hier. Den 8C. Auch geiles Fahrzeug. Ähm, ja, dann gucken wir nochmal. Den dicken Urus. Kanini, grüß dich. Sooo. So, das freigegeben. Viel Spaß damit. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass ich an dieser Stelle die andere Meisterschaft mache ich nicht. Das habe ich probiert. Hat nicht geklappt. Äh, und die anderen Sachen mache ich auch nicht. Deswegen, ja, an die später zugeschaltenen. Sorry. Aber ich bin schon wieder raus. Ähm, dann bedanke ich mich trotzdem für alle, die heute mit dabei waren. Tut mir leid, dass meine Laune zwischenzeitlich so ein bisschen lalala war. Aber aktuell ist bei mir halt ein bisschen, naja. Manchmal bin ich ganz okay drauf. Manchmal halt auch nicht. Heute ist, glaube ich, so ein Tag, wo ich, glaube ich, irgendwie vielleicht auch mit dem falschen Fuß aufgestanden bin. Ich hoffe trotzdem, ich habe euch ein bisschen unterhalten können und bin euch nicht auf den Sack gegangen. Wenn doch, ich meine, ihr könnt jederzeit auf X drücken und den Stream verlassen, bin ich keine Böse drum. Die Option hat man ja. Ich zwinge ja keinen zuzugucken. Ja. Noch nicht. Aber irgendwann werde ich mit meinem Blick euch in den Bann ziehen und da kommt ihr nicht mehr von los. Ja. Ich habe euch vorgewarnt. Ja. Jetzt habt ihr noch die Chance zu hinkommen. Äh, nein. Also vielen, vielen Dank euch. Und, ähm, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ähm, ja, so langsam sollten auch videotechnisch die Videos wieder ganz normal anlaufen. Ich denke, morgen wird es, äh, nochmal... Uh, da hat es einen Unfall gegeben da vorne. Gefährlich. Ähm, ja, äh, das heißt, ähm, ja, morgen wird es wahrscheinlich nochmal eine Forza Horizon Folge oder irgendwas geben. Vielleicht, äh, auch nochmal Rallye Adventure. Vielleicht mal so ein Lunchjahr oder so da ausführen. Hätte ich mal Bock zu. Und am Wochenende dann wieder Multiplayer. Formel 1 steht wieder an. Und dann die Tage bestimmt auch wieder F1 Manager. Also es rollt so alles so langsam wieder an. Und da habe ich Bock drauf. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Livestreamtechnisch weiß ich noch nicht. Ähm, spätestens natürlich nächsten Donnerstag. Aber vielleicht, äh, auch nochmal jetzt so vor, äh, The Crew Motor Fest. Vielleicht nochmal ein bisschen TC2 anwerfen. Das wurde ja vorher mal auch danach gefragt. Kann ich aber noch nicht versprechen. Da muss ich einfach mal gucken, was die Zeit zeigt. Ähm, lasst euch einfach überraschen. Einfach hier reinfolgen, Benachrichtigungen aktivieren oder mir auf Twitter folgen. Dann kriegt man es da meistens auch mit. Und ich sage jetzt aber an dieser Stelle erst mal Tschüss. Und, achso, und alle, die Starfield zocken, wünsche ich schon mal viel Spaß die nächsten Tage. Äh, denkt an mich. Ja. Ihr könnt ja, wenn ein Video rauskommt, trotzdem kurz draufklicken und ein Like da lassen. Ja. Müsst ihr ja nicht gucken. Ich habe Verständnis. Also, macht es uns aber gut und Tschüssi.